Wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geister, Jäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst ein Hohn platt. Haha, es ist so bescheuert. Was ist das denn diesmal für ein kleiner verknitterter Zettel, den du hier hast? Ich kann ja keine Sau lesen. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Mutter Celeste's Franco-Kanadisch-Katholische Zahnersatzbehandlung. Wow, die haben mir alle Zähne raufgenommen, obwohl die voll gesund waren. Aber jetzt kann ich voll gut pfalsen und mein Priester freut sich, weil ich so gut den Sloppy Joe kann. Franco-Kanadischer-Katholischer Zahnersatz, schlagen Sie jetzt zu, sonst machen wir es. Was ist denn ein Sloppy Joe? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und der kleine Timi hat all seine Zähne verloren, die waren doch noch voll gut. Ja, aber sie haben ihm Kirchengold dafür in den Kiefer gepflanzt. Was ist denn Kirchengold? Wird das aus Chrisma gepresst? Ja, Chrismagold. Kennst du das nicht? Chrismagold ist kein echtes Gold. Klar. Nein, ist es nicht. Doch. Wir haben schon gegoogelt, was es ist. Nein, ist es nicht. Ja, als wenn das immer die Wahrheit ist, was da steht. Okay, wir haben heute eine sehr aggressive alte Dame. Okay. Ihr Name ist Elisabeth Taylor III. Mhm, okay. Und es ist ein Profijob für heute. Sie macht keine Gruppenaktivitäten. Sie macht keine Gruppenaktivitäten. Wetworken immer nur solo, hat sie gesagt. Ja. Und man muss selbst seine Plane mitbringen. Bring your own. So, starker Regen, du. Ja, ne? Warum regnet es eigentlich so intensiv immer? Ich habe mal den Spermo-Wermudetektor. So, 1,1 an der Schlüsselskala. Hier direkt eine 3,0 beim Reinenzoomen. Direkt ein Parabello? Ich habe irgendwie einen leichten Parabellorausch eben gerade gehabt. Ich habe hier direkt ein Handy gehört. Ich auch, ne? Irgendwas hat hier eben gerade vibriert. Das war kein Handy, aber hey. Auf jeden. Oh! Alter, Alter. Was ist denn hier los? Oh, ich muss meinen Wechsler runterregeln. Wir haben einen Dreier hier. Ich sah ja direkt hier beim Reinkommen. Was willst du von uns, Geist? Elisabeth Taylor. Das hier könnte das Handy gewesen sein. Hier ist eine 3,0. 6,0! 6,0 im Parabello. 4,0. Gib uns einen Anruf. Gib uns ein Zeichen. Hier ist mein Nummer. So, call me maybe. Und all die anderen Mädels, versuchen mich zu schießen. 12,7, 11,8 Grad hier drin. Geht was? Warst du bei DSDS? Hier geht in der Butzelbude geht was. Direkt links im Raum haben wir was gefunden. Können wir dir helfen? Temperaturmäßig ist aber sonst nichts am Start, ne? Warte mal. Aber es kann auch hier irgendwie gewesen sein. Ja, aber das wird so die Ecke gewesen sein. Ja, aber ich habe auch einen starken Zug hier. Ja, da hat es einen 3,0er Zug. Boah, ist los. Guck mal hier. Schon wieder Aktivitäten. Was sind hier los? Oh, die Aktivitäten werden direkt super stark. Auf 4. Hier ist ein Bild runtergeflanscht worden. Elisabeth Taylor. Lizzie. Oh, hier, 3. Wo, wo, wo? Im Flur, oder was? Hier bei mir im Flur. Irgendwie im Flur. War ein 3er Schwung. Okay, ich hole mal Salz. Parabello brauche ich jetzt. 2er Bronson beim Scheißhaus. Oh, 2er Bronson im Scheißhaus. Das ist echt nicht gut. Diese Toilettengeister sind immer super aggressiv. Die sind immer sehr aggressiv. Brauchst du ein mittelstarkes Abführmittel? Also, ich mach mal hier Salz hin. Ich mach mal hier Salz hin. Und ich mach mal hier Salz hin. Alter, ihr Kind. Nancy. Hier war ihr Kind. Fancy Nancy. Ich hab gehört, sie hat ihr Kind irgendwie ermordet in der Krippe gefunden. Und danach ist sie durchgedreht. Und hat Fäkalien auf ihrem eigenen Klo gegessen. Gib uns ein Zeichen. Elisabeth Taylor. Ist das nicht eine Schauspielerin oder so? Ich glaub schon. Liz Taylor, ja. Ja, klar. Liz Taylor wurde in diesem Haus ermordet? Brauchst du Hilfe? Okay, jetzt ist sie gerade gar nicht aktiv. Nee, nee. Hat sie irgendwie verschreckt. Du hast noch 74, Boy. Alter, wie sehr hat mich die Dame denn geloocht? Ich finde einen Raum unter 10 Grad mit einem Thermometer. Also, sie war am Anfang sehr spritzig, aber dann hat sie ein bisschen nachgelassen, ne? Ja, ja. Sie hat direkt am Anfang mal so reingeruppelt. Guck mal, ich lass mal meine Superlight hier. Nehme mal Doppelkamera rein. Doppelcam. Nehme mal Doppelcam. Wenn da irgendwo ein Geist drin ist, wir werden ihn finden. Wenn ihn jemand finden kann. Oder er findet uns. Dann wir. Äh, kurz... Oh, Entschuldigung. Kurz, die Fix brauche ich nicht. Ich kriege Geisterschluck auf. Warum kriege ich jetzt so einen Geisterschluck auf? Keine Ahnung. Vielleicht ist Elizabeth Taylor in mich hinein. Geduldig. Oh, oh, oh. Was? Was? Tür hat sich bewegt. Welche Tür? Ich wurde gerade eben Elisabeth. Badezimmertür. Oh, da sind auch Fußabdrücke. 5 Grad, 7,3 Grad, 4,4. Fußabdrücke. Achso, du meinst dem Salz. Oh, oh, was war das? Keine Ahnung. Die Tür ist, glaube ich, irgendwo zugegangen. Hast du die Tür jetzt zugemacht? Nein, nein. Was ist hier los? 3,2. Du hast die Tür zugemacht, du Arsch. Nein, hab ich nicht. Hör auf mich. Guck mal, hier ist doch ein Beet. Hörst du es denn nicht? Ich hör es doch. 3,2 hier im Flur. Alter, okay, okay. Ich bin im Schrank. Ich bin im Schrank. Ich bleibe einfach im Schrank. Ich bin draußen. Elisabeth Taylor. Bist du wütend. Aber ist die Kamera auch im Schrank? Ich seh gar nichts hier. Ich kann auf keiner Kamera richtig was erkennen hier. Weil die alle so stehen, dass man denkt so, der Film. Und? Was siehst du jetzt? Ist jetzt was? Eine Wand. Wie war Licht ausgemacht? Das hier ist was? Wohin filmt die hier? Keine Ahnung. Ich hab überall so ein bisschen hingestellt. Normalerweise müssten die gut stehen. Okay, wir haben im Moment keine Werte. Wir haben auch noch nichts Handfestes, oder? Nee, halt Fußabdrücke. Das Waschbecken füllt sich gerade mit Wasser. Sehe ich auf der Kamera. Okay, das ist schon mal gut. Dann nehme ich hier direkt ein Fotoapparillo mit. Ich würde mal sagen, ich gehe rein und versuche mit ihr zu kommunizieren. Alter, es hat gerade da geblitzt im Wasser. Das Wasser hat geleuchtet. Ich gehe jetzt mal rein und versuche mit ihr zu reden. Wo, du Wasser? Ich werde ein Interview mit Liz Taylor machen. Willst du alleine gehen? Oder soll ich das Buch noch reinbringen? Sie redet ja nur mit Einzelnen. Du hast nur noch 65, ne? Du hast nur noch 65. Nee, ich kann dich jetzt nicht sehen gerade. Aber ich gucke auch im Bad. Siehst du mich jetzt? Jetzt sehe ich dich, ja. Miss Taylor. Können Sie mich hören? Brauchen Sie Hilfe? Sie hat was gesagt. Im Radio? Brauchst du Hilfe? Eben hat sie was gesagt. Ich habe irgendwas gehört eben. Ja, aber war das auch im Radio? Kannst du uns hören? Da hat sich eine Flasche bewegt. Im Shampoo. Und das Wasser hat schon wieder geblitzt. Da hat sich eine Shampoo-Flasche bewegt gerade. Wie geht es meiner Gesundheit? Ganz schlecht. 58, 59. Vierer Aktivität. Bist du hier? Vierer Aktivität. Close. Sie hat close gesagt. Oh Gott, sie ist close, Junge. Und ready. Sollen wir verschwinden. Okay, warte. Wir haben den Beweis. Du bist nur noch bei 52. Die saugt. Komm raus. Wo soll ich gehen? Elizabeth Taylor. Okay. Okay, wir haben schon mal das hier. Wir haben schon mal Geisterbox. Wir haben Geisterboombox. Aber wir wissen... Ist noch nicht genug. Ich leg mal das Buch ins Bad, oder? Ich gönne mir erstmal hier verschreibungspflichtige Medikamente. Okay. Ich werde Fingerabdrücke nehmen. Was war das? Keine Ahnung. Was ist hier los? Leave or die. Sie hat direkt ins Buch geschrieben. Ich habe es gerade hingelegt. Sie hat sofort reingeschrieben. Sie hat gesagt, leave or die. Elizabeth Taylor. Dann liebe ich halt. Ich habe ein Foto. Salzfoto. Okay, ich würde sagen, die ist im Bad. Ich habe einen Handabdruck. Die ist im... Was? Sind wir schon fertig, Junge? Ich habe einen Handabdruck. Ja, ja. Geil. Fingerabdrücke. Und was haben wir noch? Für Geräusche. Und Geisterbuch. Ist ein Spirit. Was machen Spirits denn so? Elizabeth Taylor. Der Spirit ist eine der gewöhnlichsten Geisterarten, jedoch sehr stark und gefährlich. Okay. Indem der Tod einer Person... Oh, keine Stärken. Kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Haben wir irgendeine Queste noch, die wir machen müssen? Ja, Räucherstäbchen und Kruzifix. Soll ich mal... Ich gehe mal rein und räuchere, oder? Ich nehme mal so einen schicken Burrito mit. Schön dicken, ordentlichen Buriti. Komm, kleiner Geist. Du musst ihn aber im Raum anzünden. Im Badezimmer. Also wir müssen räuchern. Und was noch? Räuchern und Kruzifixen. Weiche, nimm diesen Duft! Nimm diesen Duft meiner Achsel! 400 Haare! Elisabeth Taylor! Wir haben keine Angst vor dir! So, 400 Haare und Burrito in die Beister... Beisterwanne. Badewanne. Elisabeth Taylor, zeige dich! Alter, du hast da echt Spaß dran, ne? Zeige dich! Ich brauche ein Foto für die Bild-Zeitung. Ja, die können die gebrauchen. Miss Taylor! Hä, guck mal! Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Ich hab's gemacht und es ist nicht... Du bist einfach kein guter Reiniger. Ich hab... Das war gar nie dein Ding. Ey, ich hab da so reingereinigt. Du hast einfach kein... Kein Burrito-Feel. Ich bin der Ober-Burrito-König. So nannte man mich früher in meiner Zeit in Mexiko. Elisabeth Taylor! Kommt nicht die Alte. Okay, du willst die harte Tour, Elisabeth? Zeige dich! Das Kruzifix muss man sozusagen vor's Badezimmer platzieren. Dann ist der Raum irgendwie, wenn sie drin ist halt. Wo hast du das Feuerzeug hingelegt? Äh, im Wagen wieder, im Regal. Okay, ich werd versuchen, sie zu räuchern. Aber im Moment scheint sie nirgendswo zu sein. Das ist das Problem, glaub ich. Ja, aber ich hab doch schon geräuchert, Elisabeth. Ja, aber du räucherst nie richtig. Du hast einfach kein gutes Räucher-Feeling. Bist du hier? Okay, ich hab was gehört. Sie ist hier. Lass uns in Frieden. Verlasse dieses Haus! Wir müssen sie austreiben. Verlasse dieses Haus! Oh, sie hat die Tür zu geräuchen! Oh Gott, Kruzifix! Ich komme! Oh Gott! Schär sie ein! Du musst sie einsperren! Das Telefon hat schon wieder nebenan vibriert. Okay, ich hab's Kruzifix auf den Boden geworfen. Ich räucher. Wir machen eine Räucherkammer. Hotbox. Kleine Turnbox. Hotboxen hier. Elisabeth Taylor. Oh Gott! Elisabeth Taylor! Elisabeth Taylor! Oh Gott, aber ich hab sie gehört. Sie wollte in mein Ohr häuseln, säuseln. Willst du häuseln, säuseln? Jetzt hat Räuchern funktioniert. Ich weiß nicht. Ich sag ja, ich bin ein Räucher-Champ. Und Kruzifix auch? Ne, Kruzifix hat nicht geklappt. Oh, ich hab nur noch 52. Okay, ich nehm das Kruzifix und leg es mal hier hin. Boah, die wollte grad zupacken. War eine 10er-Aktivität. Jetzt haben wir grad... Kannst du hier irgendwo platzieren? Jetzt haben wir grad eine 4er. Hier. Wer ist jetzt hier drin mit mir ein? Elisabeth Taylor? Zeige dich! Ich glaub, wir kriegen sie nicht, ne. Ne. Oh, Lichter sind tot. Okay. Spirit, ne? Ist ein Spirit, ja. Einfach eiskalte Profis, wir beide. Ist halt einfach auch so ein 0815-Geist. Der kann... Halt so ein kleiner, ja. Ja, ist ein kleiner Elisabeth-Geist halt, ne? Ist ein kleiner Elisabethi. Hä, ha, ha, ha. Äh, ja. Ja, doch, wir haben die eingeschüchtert. Jetzt auch hier mit dem Burrito. Ja, ja. Noch mir die islamgelegt. Ich stell dir jetzt erstmal ihre Aktivitäten ein. Und dann muss ich halt... Fingerabdrücke und Buch. Eindeutigen Spirit. Gut, Abmarsch. Profis halt. Wir sind halt mittlerweile, muss man echt sagen, eiskalte Profis. Ja, ne? Abgebrühten. Die Geister koten sich ein. Ja. Die Geister schreien, wenn sie uns sehen. Klar, die brechen zusammen. Die brechen zusammen. Hier, 120, zack, direkt. Hier, nimm. Nimm, gib 120, easy peasy. Nimm mein Geld. Anfänger-Job, Anfänger-Job, fortgeschritten. Hier, Edgefield, Streethouse, Profi-Niveau. Oh. Gein. Oh, noch alle Sachen auswirken. Ja, ich wollte gerade sagen, Junge, wir wollen aber was mitnehmen hier, oder? Thermometer, Papier. Hier, guck dir das mal an, ein ganzes Lager hier. Panakoli, Knicklicht, Kopfkamera. Da machst du nix. Foto, Feuerzeug, Kruzifizien. Wir haben auch mittlerweile echt Asche, ne? Alles dabei, Junge. Können uns direkt neu komplett ausstatten, falls wir sterben sollten. Falls, hoffentlich wird das nicht passieren. Falls es jemals passieren sollte. Am Anfang wurde ich sehr, sehr häufig gegriebscht. Aber man lernt halt aus seinen Toten, ne? So ist es im echten Leben auch. Da. Hast du die Kenneth Martin-Akte? Hast du die? Kenneth Martin-Akte? Ne, ich glaub, die haben wir da gelassen. Weil, den brauchen wir heute, ne? Also, wir machen heute den Kenneth Martin-Fall. Ja, gut, aber Kenneth Martin, da weiß jeder. Aber der macht Gruppenaktivitäten und steht auf Burritos. Ja, Burritos, Gruppenaktivitäten. Der macht ein Gruppen-Burrito, hat er gesagt. Das wird heute was Leichtes, glaub ich. Glaub ich auch. Das wird ein easy Job. Ich mein, mittlerweile sind wir routiniert. Wir gehen da rein. Eben, wir gehen da rein, schreien ein bisschen. Wir sind die offiziellen Geisterjäger. Viele Leute sagen auch, alle anderen sind nur billiger Abklatsch. Wir sind die offiziellen. Wir haben auch als Einziger, das will ich jetzt hier nochmal sagen, ein Zertifikat. Ja. Wir sind die Einzigen, die hier in EU-West ein offizielles Geisterjäger-Zertifikat haben. Und greifen sogar Jungpriester. Ja. Jungmundpriester. Ich bin staatlicher Austreiber, ne? Kenneth Martin. Ach ey, Mann, ey. Hey, der Tag wird kommen, dann mach ich's schon vorher aus, aber... Ja, ich sag's ihm auch jedes Mal. Die Doppelzunge. Die Doppelzunge. Kenneth Martin. Ich schau mal. Was sagt der Parabellometer? Also Parabello sagt hier drüben erstmal nichts. Hier auch nicht. Turnschuhe, hab ich gefunden. Gib uns ein Zeichen. Ne, hier ist auch nichts. Öffne eine Tür. Fass' meinen Kollegen an. Fass' mir an den Phobia. Ah, der hat's wieder irgendwo geknarzt. Was aber... Es gibt so leichtes Hin- und Her-Tingeln. Er tingelt ein bisschen in der Ferne. Kenneth Martin. In der Gegend haben wir auch echt in letzter Zeit viele Jobs, ne? Hier sind sehr, sehr viele Aktivitäten. Ja, hier ist immer was los. Erst machen die hier... Weißt du, nach dem letzten Spring Break haben wir Monate gebraucht, um das alles wieder hier... Hast du irgendwas auf dem Parabellos-Split? Ja, jetzt hier, eine 3,0 Grad. In die Richtung. Kenneth Martin. 1,5, 3,0 hier. Aktivitäten hier drin? 3,0, 1,5, 3,0. Ergib uns ein Zeichen. Zeige dich, Dämon. Okay, Wasser. Ich hör Wasser irgendwo. Echt? Ja. Aber hier nicht. Du müsstest nichts, ne? Wird auch unten sein. Hä? Warte! Was denn? Ich hab eben gerade irgendwas gehört, so wie als würde jemand... ...was bewegen. Gib uns ein Zeichen. Äh, geknarzt hat's. Hier ist nichts. Irgendwo hier müssen doch hier die Brown Waters sein. 17,4... 17,4... 19... Könnt irgendwo unten geht was. Ey. Kenneth Martin! Ja, wir hatten ja unten auch Parabello-Aktivitäten, ne? Oder war das hier oben? Nee, hier oben hast du gesagt, hast ein Dreier-Parabelli. Stimmt. Hier oben im Flur hatten wir ein Dreier-Parabello. 1,5... 2,0... Aber hier in dem Raum ist nichts. 0,0... 1,5... Ich hab hier einen leichten Wechselwert. Vielleicht der EMF-Schwankerl, oder was? Hier unten ist... Hier unten ist das Wasser. Okay. Kenneth Martin! 1,5... Zeige dich! Wurdest du gesteppenahmt? Steckst du im Trockner fest? Bist du dort verhungert? Haben sie dich dort liegen lassen? Können wir dir helfen? Nichts, Mann. Ja, Walla-Meter zeigt auch nichts. Ne, der zeigt hier 1,5. Temperatur ist 17 Grad. 6,7 hier. 6 Grad. Echt? 6 Grad am Waschbecken gehabt, gerade hier. Ich hier stehe, 6 Grad. Kenneth Martin! Also er scheint wieder hier unten ein bisschen den Küchenpeter zu machen, glaube ich. Nächste ist so ein kleiner bisschen Mann. Ich habe Steps von links gehört. Aus dem Stepkeller. Aus dem Trocknerkeller habe ich Steps gehört, irgendwo. Ich habe hier eine Kamera hingestellt. Ich weiß nicht, was sie uns zeigen wird. Kenneth Martin! Hast du die auf Richtung Badezimmer ausgerichtet? Was war da? Was war das? Keine Ahnung. Wo ist die Kamera? Hier. 5er Wert! 5er EMF! Junge! Kenneth Martin! 4,3 Grad! Er stand, glaube ich, gerade in meinem Gesicht. Was willst du von uns? 5,7. 6, hier ist 3,3 gewesen. 5,5. Ja, ja, er ist hier so in dem Bereich. Ist wieder so ein Küchenmann. Poltergeister sind gerne in Küchen. Alter, er fummelt an Sachen rum. Ja. Er fummelt gerne. Wir hatten auch gerade ganz kurz einen 10er Wert hier draußen. Was sagt unser Geisteszustand? Geisteszustand sagt, du bist bei 49, ich bin bei 48. Oh mein Gott. Komm raus, Junge. Oh mein Gott. Der hat es uns richtig gegeben. Der lutscht? Der hat richtig gelutscht. So, also EMF Nummer 5 haben wir. Ja, das haben wir. Könnte was Bösartiges sein. Der 5er Präsenz ist immer sehr, sehr aggressiv. Sehr, sehr aggressiv. Ich habe mir mal eben hier von Dr. Bronson eine Schachtel rein. Ich habe eine von Dr. Schwengelgold. Mit Himbeergeschmack. Die schmecken echt gut. So, dann nehme ich mal Salz mit und... Boah, ich weiß nicht. Hä? Er hat die Kamera abgestellt. Du hast sie wahrscheinlich nicht angemacht. Er hat sie abgestellt. Jetzt müssen wir nur noch Geister-Event, ansonsten haben wir alles. Also an Quests. Kenneth Martin. Kannst du mich hören? Wir wissen, dass du hier bist. Brauchst du Hilfe? Meinst du, der ist eher so Richtung Bart? Doch, die Kamera ist an. Oh. Was willst du von uns? Oh, ich habe schon wieder was gehört. Wo macht der denn was? Aber wo? Weiß es nicht. Wenn wir eine hier in den Raum... Gib uns ein Zeichen! Hier in den Raum... Wieso stehen hier drei Kameras, obwohl alle Zeichen auf den Raum daneben deuten? Nein, hier. Da waren die Fünferaktivität. Hier muss es sein. Okay. Ich lege mal hier Salz vor die Waschmaschine. Ich mache jetzt noch einen, der so in die Küche... Gib uns ein Zeichen! Ich habe, glaube ich, gerade im Kühlschrank irgendwie einen kleinen Schatten gesehen. Da kam ein Fuß raus oder so. Kenneth Martin. Ja, hier, hier, hier. Die Tür bewegt sich. Okay, ich schwärme mich mit dem Geist ein. Bist du erwachsen? Schritte. Oh mein Gott, hier ist ein Brett! Hier ist ein Brett! Wie, da ist ein Brett? Was für ein Brett? Hier ist ein Brett drin. Was für ein Brett? Ah ja, was wohl für ein Witcher-Board? Okay, okay. Dein Geist ist schon... Brauchst du Hilfe? Witcherst du gerade, oder was? Nein. Wie alt bist du? Ich erkenne nichts. Geisterkugel, Geisterkugel, in deinem Raum. Hab's doch gewusst, dass es hier drin ist. Wie alt bist du? Oh, der Geist, der wie eine Biene sucht er um deinen Kopf. Brauchst du Hilfe? Was sagt mein Geisteszustand? Dein Geisteszustand sagt 57. 52. Wie alt bist du? Und wir haben jetzt gerade eine Fünfer-Aktivität, also er wird strong. Kenneth Martin. Hol mal das Buch aus dem Nachbarzimmer. Am Kackhaus liegt das Buch noch. Er schwirrt hier herum. Ich geh erst mal raus, Mann. Erst mal raus aus der Bude. Okay, Aktivitäten sind wieder gesunken. Also reden will er nicht. Alter, der hat mich aber auch da drin ganz schön ausgesaugt. Ja, hat er. Shade Gin Phantom. Ja, wieder irgendwas Bösartiges. Also wir haben 100% eine Kugel. Ja, ja. Die ist hier gerade so rumgesäuselt, die Kugel. Du hast gleich einen Kugelmund. Ja, ja, da schwimmt sie rum. Okay, ich lag falsch. Okay, ich mach jetzt mal ein Foto. Ich lag falsch mit meiner Toiletten-These. Ich bin halt immer ein Freund von Toilettengeistern. Er macht Lasershow hier drin. Kenneth Martin. Ist dein Papier, alle. Guck mal hier ein Bewegungsmelder ran. Leg mal noch das Buch hin. Da drin ist halt das Brett. Du kannst ja mal verwenden. Ich wollte mal ein bisschen reinräuchern. Ja, hier die Salz-Steps sind auch hier. Er ist auf jeden Fall hier drin, Mann. Gib uns ein Zeichen. Okay. Er gibt uns ein Zeichen. Ich frag ihn, wie alt der ist über das Brett. Wie alt bist du? Bist du bei uns? In welchem Raum bist du? Wie heißt du? Beantworte meine Fragen. Wie alt bist du? Wurdest du ermordet? Ich muss irgendwie F drücken oder so. Wurdest du getötet? Kenneth Martin. Wie heißt du? Ist das dein echter Name? Oder hast du Papiere gefälscht für die Behörden? Kenneth Martin. Wie alt bist du? Er hat nicht... Er hat ins Buch geschrieben. Er hat geschrieben auf alt... ...sack Skript. Verpiss dich rein. Deine Fragen nerven. Und deine Sendung ist kacke. Okay. Er hunted. 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 Wo ist Kenneth Martin? Er hat mich einfach so geholt. Oben auf der Treppe bin ich gewesen. Scheiße. Ich hab ein Porto. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, er rennt da noch rum. Oh, hab ich mich erschrocken. Er wird tragisch weggezogen. Er wird in seine Kammer gezogen. Wo ist er? Holy. Hier drin. Ich muss hier raus, Alter. Geh raus. Fahr weg. Wir haben ihn. Oh Gott, Alter. Wieso holt er mich oben auf der Treppe, der Lümmel? Wow. Hat dich voll gelümmelt. Aber richtig. Das ist so ein Klempner-Dude. Mit einer Axt. Ein Shade. Nimm meine Seele mit. Ich bin doch nicht Zeuge von einem Geister-Event. Was sagt mein Geister... Alter, ich bin bei 15. Weißt du, ich hab kein Geister-Event gerade gehabt, oder was? Das war... Ich war ja nicht Zeuge davon. Okay, was ist es? Ein Shade? Ein Shade, auf jeden. Ein Schöne Shade? Ja, ein Schöne Shade. Abflug. Wir haben Kreis verloren. Ich bin extra an die Treppe hochgerannt, weil ich mir dachte... Wir haben Kreis verloren. Wenn er huntet, lauf ich nach oben. Was soll schon passieren? Aber ich hab tolle Fotos von ihm gemacht. Und dann bin ich, glaube ich, direkt in ihn reingelaufen, irgendwie. Alter, die Fotos hier. 150 Schmeckerlons. Was hast du bekommen? 25 Dollar. Echt? Die Versicherung ist aber nicht gut, Mann. Ist aber keine gute Police abgeschlossen. Nee. Da muss ich mich nochmal mit meinem Versicherungsberater hier unterhalten. Ja. Zwei schüchterne Geister. Und am Ende wird Kreis noch gefleischt. So ist er eben. So ist unser Geister-Bengel-Kreis. Gut. Das war der Doppeljob. Mal sehen. Vielleicht nächstes Mal in die Schule gehen. Da ein bisschen kleine Kinder erschrecken. Wir wissen es noch nicht. Mal sehen. Mal sehen. Was die Zukunft bringt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Toodoloo. Toodoloo. Toodoloo.